mhm dadada da sind wir wieder und jetzt geht auch schon weiter genau das der selben stelle wie wir das wasser da unten sieht ja ganz lustig aus naja gut das soll so eine kleine Brille ja trotzdem das sieht nicht gut aus nein da wollen wir hier oh da ist der nächste gleich drauf auf die Folgen gleich die Viren im Keim mehr sticken ich glaube den level ab hat spürt man sehr so nennen wir mal den hier auch noch gleich mit ich fühle mich fast wie bei Pokemon wo ich zwirf einfach klick 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 und tot hier ist der der muss weg der muss noch schade dass sie sich nicht selber machen kann aber das ist okay der präsident grinst vor allem weil er jetzt ein Donut stück hat hat sie gesehen die scheiben mehr wahnsinn da war man nur kürzer ich bin ich bin ich habe gewonnen also musst du tun und jetzt denkst du dass du besser bist als ich du hast einfach Glück gehabt dass ich nicht teilgenommen habe was ist denn eigentlich dein Talent klein und schwabbelig sein das war kein lustig spannen Wettbewerb das ist die echte Weltkumpel politisch also wenn du glaubst du es drauf hast komm mal in meinem F***en Spielen vorbei wir werden sehen wer der harte Kerl ist bis später Bro so Bro was für ein Niveauloser Kerl aber sein brechtes Golden Locks ist ziemlich beeindruckend so mann mit Spiegelung hmm stell dich speziell mich schon und werden ange hm stell dich speziell mich schon und werden ange ja gut wie auch immer so geht nur wieder rein eigentlich dann gehen das Kafechen was ist denn das du siehst wie jemand aus der weiß wo man einen guten starken Zaza, Parali, Parilla, was auch immer. Du bist in Glück, mein Freund. Mir geht es um Limonaden hier in der Stadt. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, ich bleibe den ganzen Tag hier. Diese Spezialmischung auf Eis ist heute wirklich perfekt. Die Leute mit Beeren mögen nicht, wenn man sich beim Kaffee trinken stellt. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Diese Demonstration behindert den Schulbetrieb. Ach ja, absolut. Ich sehe mal, was ich deswegen tun kann. Ist mir egal, wie lange ich diese vorzüglichen Spezialmischung habe. Entweder ist es ein Koffein-Schnitte oder etwas Macro-Dies geht hier vor. Das hatten wir schon. Also guck mal, wie die sich freut. Du musst noch ein bisschen warten. Jetzt sprechen wir jetzt mit dem hier. Hey, komm her. Verschwörungsfeder, okay. Die liebe ich. Also davon ist ja YouTube Rand voll mit Verschwörungen. Ah ja. Huh? Ja, du. Was kann ich für dich tun? Steuern? Ich zahle keine Steuern. Ich zahle keine Steuern. Und den Kaffee trinke ich auch nicht. Das sollst du übrigens auch nicht tun. Nein, okay. Steuern und Kaffee sind meine liebsten Dinge. Sie haben den Kaffee kontaminiert. Kannst du das schmecken? Ich hab ihn noch nicht probiert. Hm, fine. Dann glaub mir halt nicht. Ist deine Sache, Kumpel. Ich denke, wir können jetzt rekrutieren. Ich hab jetzt halt gesagt, dass ich ihn schmecken kann. Ist so dunkel und aromatisch. Stark. Sogar zu stark. Das ist die Praschenstelle. Ich werde schon mal entführt. Weißt du? Aliens. Die haben einen Test mit mir gemacht. Auf die Kuranus. Und nun. Sie sind unter uns. Verstehst du nicht? Werken manche Dinge nicht? Ein bisschen merkwürdig. Ich stimme ihn jetzt einfach mal zu, weil ich will, dass wir ihn rekrutieren können. Wir brauchen Beweise. Die endlichste Möglichkeit. Beweise und mehr Kaffee. viel mehr. Okay, lass uns jetzt so nach. Du findest Beweise und ich geh zu den Polis. Ich bin eine überzeigende Redner. Also mach ich das zusammen währenddessen zu Beweise. In Ordnung? Bleib stark. Bruder. Da rennt. Guck mal, da kann man dann dahin fließen. Vielleicht finden wir uns da dann unsere Beweise. La la la. La 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 la. Hallo? Hallo? Oh, Entschuldigung. Ich war mit meinem Gedanken. Nur anders. Muss ich stimmen? Ist etwas nicht da? Okay. Oh, nicht wirklich. Ich warte nur auf den Manager. Er kommt nicht weg. Aber egal. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Probieren wir mal, ob wir dahin vorbeikommen. Hm? Fragen wir uns jetzt mal ein bisschen. Gauf eine kleine, bekomm eine riesengroße. Oh, was ist gerade das? Verschlossen. Aha. Na gut. War es das schon hier drin, glaube ich. So. Auf mehr Kämpfe habe ich keine Lust. Auf mehr Kämpfe habe ich keine Lust. So. Dann weichen wir den mal gezielt aus. Da ist auch noch ein Polizist. Wo ist es denn das? Wo ist es denn das? Wo ist es denn das? Was ist das? Sieht aus wie... Eine Jababohne. Genau. Wie eine Bohne. So. Was auch immer die Bohne macht. Warum auch immer sie bennig ist. Ich habe dich zurück, Bro. Angreifen. 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 Omi ist ja fast tot. Momentan. Hey. Tu was gegen... ...diese alte Oma. Ich könnte kurz nach Hause gehen. Ein kleines Nikas zu machen. Ja, wo wohne ich jetzt Beweis haben? Ah. Wir haben einen Beweis gefunden. Für diese tolle... ...Bohnen. Das ist so... ...der Weg... ...um einen Beweis zu finden, warum der Kaffee so stark ist. Dann hat er vielleicht die Verschwörungstheoretiker vielleicht sogar recht. Naja. Wie es auch... ...sein soll. Wir gehen jetzt kurz nach Hause. Und machen ein Nickaschen. Ich will ja nicht, dass unsere Oma frühzeitig umfällt. Ihr Ronsen. Also ganz nett ist das Spiel ja schon. Nee. Es ist ziemlich... ...farbenfroh. Jo. Farbenfroh. Schauen wir mal weiter. Was uns erwartet. Kämpfen möchte ich nicht. So. Hier gehen auch noch vorbei. Nein. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal in... ...dieser... Alter, komm mal da. Da ist noch ne Brune. Da ist noch ne Brune. Und das ist doch... Dann haben wir schon den zweiten Beweis... ...für den Verschwörungstheoretiker. Oh, das ging schnell. Das war echt schnell. Wer hätte das gedacht. Okay. Jetzt haben wir den zweiten Beweis. Dann müsste ja irgendwo hier draußen... Woher kann ich noch die zweite Bohnen... Hm. Aha. Da hinten stehen so zwei Geschenkboxen. Mal schauen. Da kriegt man dann wahrscheinlich irgendwie so ne Fähigkeit... oder ein Gärtner. Wie er gesagt hat. Um das da weg zu häxeln. Schauen wir mal weiter. Wo ist die letzte Bohnen? Da. Meine Nase hat richtig gebrochen. Wie wir auch sehen, ist die Oma wieder ganz gut... ...beisammen... ...zu dem kleinen Nickerchen. Äh, das funktioniert ganz gut... ...winde und starten... ...qualvoll zu sterben. Von meiner Bohnen getötet wäre schon ziemlich... ...ja... ...heftig. Ja. Wir müssen hier einen kleinen Prack machen... ...und dann geht's auch schon wieder weiter. Bis zum nächsten Mal.